So, ho, let's go, ladies and gentlemen, shit. Das ist kein Ende, wie man es sehen wollte. Und als Gegenleistung von mir, als Bonus, ja, unterschreibe ich jetzt virtuell mein Todesurteil, indem ich jetzt auf Paranormal spiele. Also hier mit, zwar mit Batteries, ich denke, das schreibt mir mit A, aber ist ja wurscht. Zwar kein Marker, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und hier, der Slenderman, der ist hier ein bisschen penetrant, ganz schön penetrant ist da. Und wir starten gleich mit der Nacht. Ist das nicht cool? Das ist cool. So, na, starten wir doch hier mit. Keine Angst, ne. Wir kennen keine Angst. Also ich kenne keine Angst. Ich kenne nur, wenn, dann nervös, 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 nervösität oder nervosität. Ich glaube, nervosität. Yes. Ah. Ist das nicht schön? Ah. Perfekt, ich fühle mich, ich fühle mich gleich heimisch. Ich fühle mich echt gleich heimisch. Oh, Mann. Also ich, wirklich, damit habe ich, ja, damit habe ich mein Todesvorto unterschrieben. Mein virtuelles. Ha. Ha. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich habe Angst. Ich habe... Nein, ich bin nervös. Entschuldigung. Puh. Jemand sollte in der Nähe sein. Ich sollte ihn finden. Und fragen, ob er mir helfen kann. Boah. Also warte, hier waren Batterien. Hier war ein ganz komisches Foto. Und hier dieses komische Ding. Ah. Ah. Okay. Alles cool. Alles cool. Schauen wir mal, was sich auf der anderen Seite des Gattas befindet. Ah. Einladend. Ah. Okay. Okay. Ach, du Scheiße. Wo? Oh, Gott. Die Gänsehaut. Ach, sie fängt schon wieder so an. Oh, sie fängt schon wieder an. Oh, sie fängt schon wieder an. Okay. Wir sind letztes Mal rechts gegangen. Und haben uns klug entschieden, weil wir sind von mir direkt gegangen. Aber jetzt sind wir unklug. Und bleiben auf dem Weg. Und gehen in unser Verderben rein. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ich glaub, ich glaub. Oh, Gott. Oh, Gott. Also, Leute. Also, ich glaub, diesmal dreh ich mich gar nicht um. Naja. Diesmal dreh ich mich gar nicht um. Weil der Typ ist jetzt der... Ich geh von diesem klopfenden Ding da aus, dass er schon hinter mir ist. So wie es gewöhnliches Schlender-Schlender-Spiel ist. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, es ist ein Haus. Oh, wir sind blöd und gehen rein. Oh, wir sind blöd und gehen rein. Alles okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Oh, 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 oh. Lass mich rein. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alles okay? Bin endlich ich da, dass... Ja, ich mach die Geräusche. Okay. Ist irgendwas? Oh, mein Gott. Ist der da draußen irgendwo? Okay. Alles klar. Kann er da irgendwie im Haus sein? Wieso? Okay. Alles cool. Los. Mach dich auf. Ein Dachboden. Ist das ein Foto? Nein, das ist gar nichts. Okay. Kann der... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich bin nervös, dass der hier auf einmal dann vor mir steht. Ah. Ah. Ist da jemand? Let me go. Wie wär's? Okay, okay. Ich... Ich fühle mich unwohl. Ich fühle mich aus irgendeinem Grund fühle ich mich unwohl. Ich fühle mich aus irgendeinem Grund sehr unwohl. Sehr unwohl. Oh, scheiß. Hallo? Kann man springen? Nein. Wie? Okay. Okay. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Heiliger! Wieso ist hier... Wieso ist die Tür aufgegangen? Aha. Don't look back. Okay. Alles fit. Oh, mein Gott. Ein Board. Ein Board. Ein uncooles Board. Oh, ich glaub, ich bleib hier drin. Das ist so schick. Oh, mein Gott. Ich bin so am Arsch. Oh, ich bin so am Arsch. Oh, Gott. Ich will gar nicht rausgehen. Muss ich rausgehen? Ich muss rausgehen, oder? Ich muss rausgehen. Ja. Ich muss rausgehen. Aber ich geh jetzt hier wieder hoch. Ah. Ich bleib hier. Wie wär's mit schnell an der Treppe hochgehen? Danke. 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 Zu gütig. Und hier ist nicht meine Kacktür. Oh, scheiße. Kann mir eigentlich mal jemand erzählen, wie dieser Slenderhaufen aussieht? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Jesus. So, vielleicht geh ab mal hier dran. Ich fühl mich hier heimisch nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Okay. Ja. Ah, die Hintergrundmusik, als ich gerne hatte. Ah, rechts, links, rechts, links. Ah, jetzt gehen wir immer links. Jetzt gehen wir immer links. Jetzt gehen wir immer links. Oh, Mann. Oh, Jesus. Wie schaut der aus? Ich will wissen, wie der ausschaut. Ich meine, ich weiß es ja noch nicht. Ich habe immer nichts sehen. Ist da auch was? Weil da so ein Gatter ist. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Naja. Ich fühl mich so beobachtet. Ich fühl mich so beobachtet. Wo sind wir? Kann mir mal jemand sagen, wo der ist? Wie macht sie es bemerkbar, wenn er mich anschaut? Oder wenn er vor mir ist? Weil ich meine, ich schaue ja nur 5 Meter weit. Muss ja irgendwie... Kommt denn auch so ein Britzeleffekt wie bei den anderen Slender-Spielen? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Gott. Ein Wald. Nein, da gehe ich nicht ran. Ich bin nicht lebensmüde. Ich bin nicht lebensmüde. Ich bleibe auf dem Weg. So, wie es in jedem Film ist. Und ich weiß, dass es in jedem Film immer ein Happy End gibt. Deswegen bleiben wir hier. Und alles ist cool. Yes. Ich will gar nicht mehr auf dieses Ding schauen. Ach, ich werde schon richtig gehen. Ich werde... Es wird schon irgendwie funktionieren. Ah, links ist ein Zaun. Ah, das gefällt mir gar nicht. Oh, was zum Teufel. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt hier lang. Oh, oh. Oh, 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 oh. Alles cool. Oh, 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 oh. Ich lauf. Ich lauf. Ich fühl mich. Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nicht der. Oh, nein, nicht der Bunker. Oh, nein, nicht der Bunker. Oh, nein. Aber da war ein Foto. Oh, ich muss da runter. Oh, Gott. Ich hasse es. Oh, Gott, ich hasse es. Ich hasse es. Ist ja Kanada irgendwie... Oh, mein Gott. Ich bin nervös. Oh, Batterien, Batterien, Batterien sind immer cool. Give me fucking Batterien. Okay, alles ist cool. Alles ist cool. Alles ist cool. Fast, alles ist cool. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt wird's böse. Oh, jetzt wird's böse. Okay, 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 okay. Alles ist cool. Wenn der auf mich zugelaufen kommt. Das würde ich gar nicht... Oh, Gott. Ich will mich auch gar nicht... Ich drehe mich auch gar nicht um. Ich will mich gar nicht umdrehen, wenn ich am Ende des Ganges stehe. Oh, ich rede schon gleich viel zu viel. Oh, ja, diese Musik. Oh, dieses Hintergrund... Diese Hintergrundkulisse ist so... Nicht cool. Nicht cool. Wo ist jetzt hier ein Foto? Gib mir ein Foto. Okay, ich hab's einfach aufgenommen. Ich wusste gar nicht, wo es ist. Oh, Gott. Wenn auf einmal der runterläuft. Oh, Gott. Ah, noch schlimmer. Buh. Haha, erschreckt. Haha. Jetzt hab ich doch nicht erschreckt. Uh, uh. Jetzt durfte ich auch mir ein kleines Spezchen machen. Ah, ich bin so gemein. Ich weiß. Tut mir leid. Wenn ich damit jetzt irgendwie ernsthaft erschreckt hab, war nicht meine Absicht. Ah. Okay. So. Jetzt muss ich mal... Ja, jetzt... Jetzt... Wir haben keine... Wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst. Wir kennen sowas nicht. Oh, da sieht ein Land aus. Oh, da sieht... Gar nicht gut aus. Hör auf, so zu atmen! Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Bringt das, was mit mir rausgehen? Ach, keine Ahnung. Ich geh wieder zurück. Ich geh mit Freundlichkeit wieder zurück. Und ich... Ich... Oh, Gott. Oh, Gott. Gott. Kann man nicht einfach mal irgendwo eine Waffe finden? Oh, da ist was. Batterien. Give me. Okay. Batterie ist... Ah, der hat das mit A geschrieben. Ah, der ist klug. Okay. Moment. Hä? Moment. Oh, Gott. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Oh, ich hab keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich... 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 Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Da bin ich doch hergekommen, oder? Bin ich da nicht hergekommen? Oh, scheiße. Okay, dann geh ich jetzt einfach... Ich geh jetzt einfach hier lang. Ja, ich geh jetzt einfach hier lang. Und... Und... Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist bis jetzt noch gut. Ich hab noch nichts gesehen. Nein, das ist eigentlich nicht gut. Das gefällt mir nicht gar nicht, wenn ich noch nicht gesehen hab. Oh, Gott. Ich hab so Gänsehaut. Oh, was zum Teufel war das? Oh, was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das? Oh, war das... War das grad ein Zeichen, dass... Dass er bei mir ist? Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, her auf so zu atmen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ist es gleich soweit? Ist es gleich... Ein Moment, wo wir uns wiedersehen? Wo soll ich überhaupt lang gehen? Alles okay. Alles okay. Okay. Boah, mir läuft alles kalt den Rücken runter. Oh, es hat geleckt. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, wenn es geleckt hat. Leck heißt immer... Irgendwas... Oh, da geht's... Oh. Oh, der geht's hoch. Da geht's hoch. Und da gibt's Rotterien. Jam, 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 jam. Nein, Moment, Moment, Moment. Der ging's hoch und da bin ich nämlich... Vorher letztens runtergefallen. Ja, diesmal werden wir es richtig machen. Diesmal werden wir es richtig machen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Lauf. Lauf. Und... Mach dich unsichtbar. Du schaffst das. Oder fliege. Wer das über Männer fliege? Oder wir... Verpacken wieder das Spiel und... Wir schaffen wieder No-Clip-Modus wie bei den anderen. Einfach mal zufällig. Oh, ich fühl mich irgendwie so eingeengt. Ich fühl mich so eingeengt. Oh, hoffentlich springt er nicht aus dem Busch. Mit... Einer Tüte über den Kopf. Das würde mich ziemlich erschrecken. Oh, je. Okay, 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 okay. Alles ist cool. Alles ist cool. So. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Und diesmal fallen wir nicht runter. Oh, Gott. Oh, Gott. Was zum Teufel. Jetzt kommt wieder dieser Matrix-Sound. Oh, Moment. Hat jetzt... Hat jetzt erst angefangen? Oh, nein. Das ist nicht gut. Oh, nein. Das ist nicht gut. Oh, nein. Das ist nicht gut. Oh, nein. Das ist gar nicht gut. Oh, Gott. Ja, ja, ja. Oh, wieso? Okay, okay, okay. Alles cool. Alles cool. Alles cool bis jetzt. Nur ein Haufen Steine. Und... Gras. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich fühl mich... Nicht gut. Ich fühl mich nicht gut. Oh, ich fühl mich gar nicht gut. Oh, scheiße. Oh, was zum Teufel. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Okay. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich bin unsichtbar. Sie ist ein Slenderman. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Mich kann man nicht finden. Haha. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht. Oh, mein Gott. Oh, wir gehen jetzt da lang. Wir gehen da lang. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Klappe, 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 klappe. Böse Musik. Böse hinterher Musik. Oh. Okay. Oh, mein Gott. Wir gehen da lang. Oh, mein Gott. Wir gehen jetzt total. Was ist das? Was ist das? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Einfach im Nirgendwo so ein Häuschen. Halleluja. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Oh, mein Gott. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Oh, mein Gott. Und eine Laterne. Und dann gehen wir halt einfach da lang. Ganz old school. Oh, scheiße. Okay. Ah, wirklich. Hör auf damit. Hör auf damit. Ich hab keine Drohnen genommen. Nichts. Wieder Red Bull getrunken. Nichts. Gar nichts. Ich bin clean. Also bilde ich mir das auch alles ein. Ah, ich bin bestimmt in einem Traum. Ich bin in irgendeinem Traum und wach gleich auf. Komm. Komm, wach auf. Aufwachen. Okay. Ne, ne, Moment. Ich glaub, das geht schon wieder ein bisschen lang. Ich glaub, ich mach hier mal ganz kurz einen Schnitt. Hier, ganz unspektakulär. Er kam bis jetzt noch nicht. Oh, er wird den nächsten Tag kommen. Er wird mich holen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt mit mir gefiebert. Oh Gott, diese Musik. Und ich hoffe, ich hab euch wieder im nächsten Tag begrüßen. Mein Name ist Ben und ich danke für diesen Part. Auf Wiedersehen. Tschüssi.